Nummer 21, Danza Ridge, ein deutscher Hengst von Dream Vacation aus der Sugar Ridge. Dream Vacation brach vierjährig den Weltrekord seines Vaters Pinechip und drückte ihn auf 1096. In Amerika brachte er bislang schon 20 Nachkommen mit einer Gewinnsumme von mindestens 200.000 Dollar. Sugar Ridge ist eine Halbschwester zu Ocean Ridge und zu Porter Ridge. Sie stammt aus einer sehr prominenten und erfolgreichen amerikanischen Mutterlinie. Ihre Mutter ist eine Halbschwester zu Yankee Blondie, Mutter des Hamiltonian Siegers Muscle Hill. Untertitelung des ZDF, 2020